Wie verhalte ich mich in einer Schlägerei, wenn ich nicht verurteilt werden möchte? Obwohl ich der Angegriffene bin und mich nur verteidigt habe. Notwehr. Gehen wir davon aus, ein Angriff steht unmittelbar bevor. Dann haben viele das Bedürfnis, die Fäuste hochzunehmen und sich kampfbereit zu machen. Aber, wenn ich so in die Notwehrsituation gehe, dann werden es umliegende Zeugen sehen und die werden sich daran erinnern. Und das sieht nicht nach Notwehrsituationen aus, sondern nach einer Schlägerei. Und wenn ich dann gewinne, dann werde ich wegen Körperfletzung sehr wahrscheinlich verurteilt werden. Stattdessen werde ich auch nicht die Hände hängen lassen, weil ich hänge an meinem Leben. Ich gehe in die gleiche Position, nur mit offenen Händen. Weil das ist eine klassische Abwehrhaltung. Und wenn ich so leicht zurückgehe, dann werden sich die Zeugen daran erinnern, wer als erster zugeschlagen hat.